Like das Video und aktiviere die Glocke in den nächsten 5 Sekunden. Wenn du Pizza auch so sehr magst wie ihr. Freunde, in dieser heutigen Folge wird es von Anfang an bis zum Schluss extrem spannend. Ein episches Battle gegen die zwei Monkeys Buri und Hussak. Viel Spaß mit dem Video. Okay. Es geht wieder los Freunde, wir sind zurück. Was geht ablan? Freunde, ich dachte mir dieses Format muss auch zurückgebracht werden. Also machen wir das direkt hier in Greasy Gru. Was geht ablan? Oh mein Gott. Nein. Muss ich sagen? Gebt mir die Pump. Er nimmt die Pump. Okay, immerhin. Okay, ich finde das gar nicht so schön. Er klaut mir sogar den Taco, Mann. Und die Kiste klaust du nicht, Bro. Das wäre jetzt zu ehrenlos. Ich krieg nicht mal eine Waffe, das gibt sie nicht. Hier komm, ich droppe eine. Nein, ich will nicht alles gut, ich will nicht, ich will nicht. Ich habe eine geschehen gefunden. Oh, Sloppy. Als ob da ein Sloppy drin ist. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wichtige Hase. Warte, hast du einen Sloppy bei dir dort hinten gefunden oder was? Ah ja. Jungs, wir haben hier Besuch. Ohne Witz, ich weiß nicht, ob ich den Sloppy jetzt trinken soll oder nicht. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Okay, 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 ich muss den Sloppy nicht trinken. Ich muss den Sloppy nicht trinken. Ich habe fast meinen Sloppy gedroppt wegen dir. Ich habe gar nicht gesehen, dass du hier bist. Ich habe Platz gebraucht. Schade, Bro. Richtig schade, oder? Erstmal noch eine Tarze wieder. Oh mein Gott, Taco Time. Freunde, vor allem am Ende, wir wissen einfach nicht, was passieren wird wegen diesen ganzen Tacos. Man wird sich ja die ganze Zeit wiederbeleben. Also wie lange werden wir in der Zone überleben? Ich bin echt gespannt. Aber wie, wo sind Gegner? Ich weiß es nicht, es sind doch welche hier gelandet. Ah, da ist hinten bei der Tankstelle, ich sehe ihn. Ich habe einen Punch gegeben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 ich muss den Kill machen. Ich muss den Kill machen. Hat einen Hit bekommen. Boom, 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 boom. Ich kriege Hits ab von wo aber. Nein. Boom, 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 boom. Oh mein Gott, ich muss den Sloppy trinken. Sonst wird es zu gefährlich. Ich muss den Sloppy trinken. Geil, Alter. Ausnahmsweise. Ich will hier nicht sterben. Geil, Alter, geil, Alter, geil, Alter. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Beim ist auch jemand. Ich komme hier nicht hoch. Einer ist doch, einer ist doch. Ah, guck mal bitte da runter. Oh mein Gott, das war so knapp, Leute. Nein. Könnt ihr mal aufhören? Die Nerven da hinten. Jungs, wir kriegen gleich Besuch von da hinten. Oh, Fakus. Oh, Fakus. Oh, Fakus, die schießen von da hinten. Es wird echt gefährlich, Jungs. Die schießen. Ich muss sie weg. Ich muss zu den Monkeys da drüben. Ich habe sogar... Jungs, ich gebe euch... Ich sage euch, ich habe meinen Sloppy trinken müssen. Ich musste das machen, sonst wäre ich tot. Jungs, wie viele Gegner sind hier? Von der anderen Seite auch. Von der anderen Seite auch. Lass pushen, lass pushen, oder? Pushen, sagst du? Na, Pika, hab ich da. Nehm, Buri. Ich muss nachhören. Buri, du hast ihn besiegt. Liegt das vielleicht eine Recon Expertise, oder was? Nein, meine Popka, du hast mir die abgeschnaut. Bro, ich musste das machen. Hussack hat mir auch schon so viele Sachen genommen, ne? Sonst pack ich die. Jungs, da oben. Der ist One-Shot hier. Wo, wo, wann? Ich sehe niemanden. Auf dem scheiß Berg, da One-Shot. Wo, welcher Berg? Welcher Berg? Da, wo mein scheiß Marker ist, Jungs. Wo ist dein Marker, Mann? Da hinten. Ach so, dort. Aber das Ding ist... Nee, er soll herkommen, Bro. Er soll herkommen. Der kommt doch nicht mit 10 AP. Bei mir ist ein Gegner, Jungs. GG, Bro. GG, hin oder her. Ich habe einen getötet, meine Freunde. Die haben alle keinen Heast-Aff. Ich brauche mehr Tacos. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer bei mir. Ohne die ist. Das ist mein Lut. Nein. Da ist einer, da ist ein Gegner. Los, go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben die gezielt. Buri, du hast gar nicht gesehen, was er gedroppt hat. Was hat er gedroppt? Bro, ist das dein Ernst? Du hast es echt nicht gesehen. Bro, vielleicht wird das Item jetzt entscheiden, ob ich gewinnen werde oder nicht. Bruder, was für du gewinnen. Ich werde gewinnen, Digga. Ja, ich habe das gemacht. Junge, was erzähle ich meiner Mutter, Alter. Du bist 1000 Euro für die, wo lebst du, Digga? Nee, mehr hast du gewinnen. Das war's hier. 1000 Euro ist noch drin, Junge. Warst du nicht diesen, Junge? Niemals, Digga. Erzähl doch mal, was habt ihr so? Ich habe eine Sniper. Big Mac Menü mit einer Cola. Big Mac Menü mit einer Cola. Ein Big Mac Menü mit einer Cola. Ein Big Mac Menü mit einer Cola. Ist da oben eigentlich noch Greasy Groove? Weiß ich nicht. Aber Jungs, die Zone ist bei uns. Oh, Kiste. Kiste? Oh mein Gott, wo, wo, was für eine Kiste? Boah, wie er blufft, Digga. Er blufft, er blufft, er blufft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ganz kurz nicht sagen. Weil ja, du blufft. Jungs, seht ihr das? Seht ihr das, Jungs, seht ihr das? Oh mein Gott. Ja, Jungs, ich habe das hier gerade in der Kiste gefunden. Nein, als ob du einen Chucky gefunden hast. Aber das Ding ist, das bringt dir doch eh nichts. Was bringt dir einen Chucky? Jungs, ich glaube, man heilt sich gar nicht in der Zone. Was bringt dir einen Chucky? Jungs, ich glaube, man heilt sich gar nicht in der Zone. Doch, man heilt sich in der Zone. Natürlich hat man schon eine Zone. Nein, ich glaube wirklich, wenn die Zone nicht mehr bei uns ist, wird es keine Tacos mehr regnen. Natürlich, Bruder. Sicher? Ja, klar, Bro. Wir werden es voll rausfinden, meine Freunde. Oh mein Gott, Alter. Also Bandage und Mad Kid und hast du nicht gesehen, ist schon wichtig. Aber die Zone ist noch bei uns. Mal gucken, wo die Zone gleich sein wird. Wenn die noch bei uns sein sollte, endet. Oh mein Gott, oh mein Gott, mein Popitschka brennt. Oh mein Gott, mein Taco gefunden, Jungs. Tacomino. Bam, bam, bam. Zone, Zone, Zone. Zone? 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 Du bist auch nicht ohne. Meine kleine Kaffeebohne. Jetzt wird es... Alter, hier war tatsächlich noch eine Kiste. Okay, es gibt keinen zurück mehr. Freunde. Oh mein Gott, guck mal, was ich habe. Wer will mein Heatswerk haben? Ich verschenke es. Ha, nicht. Ich werde jemanden mit mir den Tod ziehen. Wen? Das suche ich mir noch aus. Wer ist gemein von der Kiste? Hast du eine Schockweinggranate? Mann, hör auf, so gemein zu sein, Mann. Mann, Digga, ich brauche die tausend Euro, Mann. Jungs, es wurde wirklich hier nicht richtig gelootet. What? What? Nein, nein. Okay, ihr seid weit weg, ihr seid weit weg. Oh mein Gott. Recon. Ich brauche eine Expertise, ja? Kommen Sie mal her. Recon Expertise. Wie teuer ist dieses Item? Ja. Ein Taco. Taco, kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Hier. Gönnen Sie sich. Schmeckt? Dankeschön. Ja, jetzt bleibt mein Popo und jetzt bin ich ganz schnell am Weglaufen, weil ich ganz trinken muss. Oh, 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 oh. Wei, 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 wei. Jungs. Zona, es geht los. Es gibt keinen Trick mehr, das war's. Es geht los, Leute. Es geht los, Leute. Erstmal ans Ende von Greasy Groove gehen, damit sie dich als letztes betrachten. Es war ans Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier die ganze Zeit noch uns heilen werden. Kann gar nicht sein. Sonst würde doch jeder hier campen. Ja, gegen 5-Herticks kannst du dich auch nicht mit Tagos heilen. Ich glaube, es bringt nichts. Ach, gut, der Burian, das ist der Burian. Alter, guck mal, was er da hinten macht. Buri. Mach doch nicht diesen. Buri, ich gehe ans Ende. Bro. Ey, ich will das auch haben. Wie teuer ist das? Du mit deiner Rakete, Recon-Expertise, ey. Oh, yeah. Jetzt bin ich gespannt, Jungs. Jetzt bin ich gespannt. Geht als erstes rein. Jetzt bin ich gespannt. Oh, mein Gott. Bis wohin darf man denn? Nein. Nein, Jungs. Hatte ich recht? Oh, mein Gott. Wo sind die Takos? Wo sind die Takos? Nein, 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 die brauchen Takos. Wir müssen Takos finden. Nein. Ich sag euch doch. Tako, Tako, Tako. Nee, nee, die sind noch nicht weg. Ey, die sind da. Die sind noch nicht weg. Das ist unsere Chance, Freunde. Es geht los. Ich habe einen Tako, einen Tako, einen Tako. Tausend Euro, Digga. Als ob die Takos jetzt entscheiden werden, wer das gewinnen wird, Jungs. Vor deiner Fresse in den Tako getlaut. Nein. Nein. Geh weg. Nein. Nein, nein, nein. Nein, da hinten ist noch ein Tako. Oh, ich bin nicht richtig. Nein, 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 nein. Nein. Das ist richtig. Freunde. Nein, nein. Da ist noch einer. Nein, da hinten ist noch einer. Als ob dieser Tako. Hä? Der ist verschwunden, Digga. Der ist auch verschwunden. Oh, mein Gott. Takos verschwinden, Digga. Nein. Was geht jetzt ab? Mal gucken. Jetzt bin ich geschmarrt. Teilen wir uns? Oh, mein Gott. Das heißt, wir haben sogar noch ein Handicap. Das sind die Takos, oder was? Hä? Was macht uns Juh hier? Was ist ein 39er? Nein. Geh weg. Geh weg. Guck mal, hier ist ein Lagerfeuer. Wir singen das Lagerfeuerlied. Hey. Und wo die sitzen? Ich weiß nicht. Uri, guck mal, was wir hier machen. Was machst du da? Was macht ihr da? Lagerfeuer. Ich traue Russisch nicht. Er hat vorhin gesagt, er ist in der Lage, jemanden zu töten. Er hat locker eine Schockwinkranate. Achtung. Ich traue ihm nicht. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ich muss schnellst du den nächsten Takos fliegen. Oh, mein Gott. Flieg, flieg, flieg. Es gibt doch gar keine Takos mehr, oder? Oh, hier liegt deine. Nein. Ist hier noch ein bisschen Loot? Nein. Nein. Das ist gefährlich. Doch, es regnen Takos. Es regnen Takos. Stimmt. Wenn die Takos kommen, ist es vorbei. Ja, Jungs, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin tot. Wie, du bist tot? Wie, du bist tot? Ich glaube, ich bin tot. Wie, du bist tot? Als ob du tot bist. Russack hat noch einen Chucky. Er labert, er labert. In der letzten Sekunde bin ich gestorben wegen den Takos. Uri, du bist tot, als ob... Nein, Dicke. Neben den Takos, Mann. Ich konnte mein Medkid nicht nehmen. Wie, du konntest mein Medkid nicht nehmen? Jungs, ich habe nur eine Sekunde. Was? Es wird ein fetter Fight gegen Russack. Oh mein Gott, was passiert hier? Hier sind noch Tacos. Überall noch Tacos. Das ist schon mal lecker. Schmeckt, 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 schmeckt. Aber ich traue Russack nicht. Oh mein Gott. Russack hat wieder full life. Nein. Bro, es tut mir leid, dass deine Mama jetzt sauer ist. Deine Mama gibt dir direkt Channel. Nein, nein, nein. Russack. Erzähl mal, was hast du noch so tolles? Gib mal, gib mal zu. Aber ich weiß ganz genau, dass hier ein Medkid lag von Buri. Als ob. Sag nicht, du hast das Medkid gerade gerutet. Nein, der hat mein Medkid. Nein, ist das dein Ernst? Oh mein Gott, der hat mein Medkid. Ist das dein Ernst? Du kannst es nicht mehr schaffen. Ich gewinne die Runde. Guck mal, wie ich die Runde gewinne. Ey, soll ich Buri holen? Ja, lass mal Buri holen. Ey, warte, ich schaff das. Lass ihn nicht holen. Doch, ey, hol mich. Warte, das kannst du gleich echt probieren. Nein. Hol mich. Nein. Nein. Ah, willst du noch sie holen? Oh oh. Er könnte sich mitkid. Er könnte sich mitkid. Ja. Damn, son. Where'd you find this? Oh mein Gott. Ah, ich hab mich gehalten, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab mich in der letzten Sekunde geheilt. Hä? Wieso ging das nicht? Die Time Swamp wird. Was? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Russack. Was? Wieso hast du dich nicht einfach geheilt? Oh mein Gott. Russack. Das heißt, du hast gewonnen. Nein. Ich hab dich mit Poki-Bombers abgeworfen, weil ich... Digga, wie hast du das bitte verkauft? Oh mein Gott. Wie spannend war das gerade, meine Freunde? Russack hat direkt Rage-Gut gemacht. Er ist direkt rausgegangen. Oh mein Gott. Freunde, ich würd mal sagen, falls ihr diese Runde genauso spannend fandet, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Checkt auch die Jungs ab. Bei denen haben wir auch nochmal eine Revanche gemacht. Bruder, ich komm nicht dran, Mann. Was sagst du dazu? Ich bin in der letzten Sekunde gestorben und dann ist Russack auch gestorben. In der letzten Sekunde. Obwohl hätte er gewinnen können. Digga, als er diese Tanzbombe geschmissen hat, ne? Ich dachte einfach, ich werd verrecken, Bro. Denkst du, er weint gerade, Buri? Ey. Dann wird rein kommen mit dir.